Der Nikolaus nicht gern allein, drum lädt er sich Frau Olle ein. Es war Wind, die Welt total verschneit, und dem Nikolaus, dem Guten, blieb noch Zeit. Von oben sah, beim Rodeln er die Kinderlein, das war sein Ding, das wollte er auch doch nicht allein. So fragte er Frau Olle dann, ob sie denn hätt auch Spaß daran. Frau Olle sagte ja, sie packten ein und zogen los, zusammen war dann ihre Gaudi groß. Frau Olle und der Nikolaus sind unterwegs auf Rodelpisten. Frau Olle und der Nikolaus sind unterwegs als Schneeturbisten. Frau Olle und der Nikolaus, sie können es kaum fassen, Wie schnell zu zweit sie auf dem Schlittenrasen. Nun täglich sie sich diese Freude gönnten, Darüber fast sie unseren Weihnachts-Sapper penten. Doch Frau Olle half, Geschenke einzusacken, In letzter Stunde schnell den Rentierschnitten packen. Die Tiere mussten alles geben, viel zu schnell auf Himmelswegen. Erwartungsvolle Kinder unter Tannenbäumen saßen, Und letztendlich ihre Plätzchen aßen. Frau Olle und der Nikolaus sind unterwegs auf Rodelpisten. Frau Olle und der Nikolaus sind unterwegs als Schneeturbisten. Frau Olle und der Nikolaus, sie können es kaum fassen, Wie schnell zu zweit sie auf dem Schlittenrasen. Und die Moral von der Geschichte. Nikolaus, vergisst du Zeit bei der nicht.